. Süßestes Olympiapar? Dieses Eistanz-Duo ist Bichen Love. Bei den Olympischen Winterspielen in Pyongyang verzaubern die Eiskunstlaufpaare die Zuschauer mit ihren leidenschaftlichen und liebevoll anmutenden Choreografien. . Die meisten Läufer sind allerdings nur auf Kufen ein Paar. Das gilt nicht für . Dieses Duo zelebriert seine Liebe auch privat. . Die Tanzpartner aus dem US-Team treten bereits seit 2011 zusammen bei Turnieren an. Doch erst im vergangenen Jahr gestanden sie sich ihre Zuneigung. . Gegenüber NBC verriet, ich hatte immer eine tolle Chemie mit. . Jetzt sind wir auf und neben dem Eis zusammen und das macht alles noch viel intensiver. Für die Eiskunstläuferin sei es unbeschreiblich schön, mit ihrem Geliebten gemeinsame Ziel zu verwirklichen und täglich daran zu arbeiten. . Wenn man das mit jemandem tut, den man liebt, dann ist alles wirklich so viel bedeutsamer, schwärmte die 25-Jährige. . Auch wenn man den beiden Liebenden diese spezielle Chemie ansieht, brachte sie ihnen bisher bei Olympia noch keinen Platz auf dem Siegertreppchen ein. . Im Kurzprogramm, dem ersten Teil des Wettbewerbs, belegten sie nur den siebten Platz. . Im Gegensatz zu den amerikanischen Turteltauben kommt sich das deutsche Eiskunstlaufbar, 34, und, 29, nur auf der Eisfläche näher. . Die Goldmetallengewinner haben privat einen jeweils anderen Partner. .